Sie sind hier, 1. Januar 2019, 10.19 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Julia Görges trifft im Achtelfinale von Oakland auf Mona Bartel Urheberrecht, Getty Images im Achtelfinale des Tennis-Durniers von Oakland kommt es zu einem deutschen Duell. Julia Görges trifft auf Mona Bartel. Für Jan Lennert-Struf ist dagegen Schluss. Beim WTA-Turnier in Oakland, Neuseeland kommt es im Achtelfinale zum deutschen Duell zwischen Julia Görges und Mona Bartel. Görges Nummer 14 der Welt und Nummer 2 der deutschen Rangliste, gewann ihr Erstrundenmatch gegen die Schweden Johanna Larsson mit 6 zu 0, 6 zu 4. Bartel besiegte die spanische Qualifikantin Silvia Sola Espinosa mit 6 zu 2, 7 zu 6, 7 zu 1. Ebenfalls im Achtelfinale steht die an Nummer 6 gesetzte Venus Williams, USA, die das Duell zweier ehemaliger Weltranglistenerster gegen Viktoria Azarenka, Weißrussland, mit 6 zu 3, 1 zu 6, 6 zu 3 gewann. Turnier-Turnier-Favoritin Caroline Wozniacki, Dänemark trifft am Mittwoch auf Lucky Lose Laura Siegemund. Beim ATP-Turnier in Brisbane war für Davis Cup-Spieler Jan Lennert-Struf die erste Runde Endstation. Der 28-Jährige unterlagt dem Franzosen Jeremy Schadim mit 6 zu 4, 3 zu 6, 4 zu 6 von Sportinformationsdienst.